Konfuzius oder Konfuzianismus ist keine Religion, sondern es ist eher eine Morallehre. Wie sollte der ideale Staat aussehen? Wie verhalte ich mich in bestimmten Situationen? Wie ist die Gesellschaft aufgebaut? Wie sollte das Zusammenleben der Menschen untereinander funktionieren? Und unter anderem sagt man im Konfuzianismus, dass es keine zwei Menschen gibt, die genau gleich sind. Also ganz stark hierarchisch geprägt. Wir haben immer den Herrscher und den Untertan. Wir haben den Lehrer und den Schüler. Wir haben älterer Bruder, jüngerer Bruder. Auch bei zwei Freunden ist einer immer älter als der andere oder sozial höher gestellt. Aber exakt gleiche Menschen gibt es. Das heißt, in dem Moment, wo ich jemanden kennenlerne, ist es erstmal meine Aufgabe herauszufinden, bist du mehr als ich oder weniger. Und daraus ergibt sich dann unser weiteres Verhalten. Und Konfuzius oder seine Nachfolger waren der Meinung, der Mensch ist von Natur aus gut. Und da der Mensch von Natur aus gut ist, brauche ich eigentlich auch keine Gesetze. Das heißt, der Herrscher ist ein guter Mensch. Er sucht sich gute Berater, Beamte. Die suchen sich und das diffundiert dann so langsam nach unten. Weil dann jeder seinen Platz hat, der ihm zugewiesen wird. Weil jeder sein, der ihm zugewiesen wird und der korrekt ist. Das heißt, der Herrscher ist ein guter Mensch.